Moin Super Mario Bros, mein Name ist Sonic und ich wollte euch in diesem Video einfach nur quick and dirty zeigen, ähm, ups, was passiert, wenn ihr euren, eure Waffe aufrüsten wollt, wie ich zum Beispiel meinen Adlerhorn, was ich gerade gefunden hab, und mir fehlt tatsächlich Silbererz. Und jetzt hab ich gedacht, scheiße, jetzt muss ich irgendwo auf der Map rumlaufen, um mir Silbererz zu besorgen, aber dann war ich natürlich so schlau und hab gegoogelt und hab rausgefunden, dann, ähm, dass man einfach hier zu dem Dude gehen kann, zu diesem Matei Alchemist, und hier kann man auf Ressourcen verfeinern und dann kann man runterscrollen und hier findet man tatsächlich Silbererz, was man herstellen kann, aus Eisenbrocken. Also ich hab noch 1800 Eisenbrocken, deswegen mach ich jetzt einfach mal mir 100 Silbererz und dann haben wir genug Silbererz, um unseren Bogen aufzurüsten. Also, ja, falls ihr auch mal irgendwelche Materialien nicht habt, geht mal zum Alchemist und dann klappt's auch mit dem Aufwerten. Viel Spaß und lasst ein Abo da für mehr Diablo-Tipps. Haut rein. Tschüss.